Wer hier in Altona glaubt, ohne Lärm leben zu können, der ist schief gewickelt. Hier wird erst vor Lärm gewarnt, wenn er so laut ist, dass einem jedes Körperteil vibriert. Hier kann man zwar nicht viel sehen, durch den Sichtschutz, aber man kann es immer hören, was hier auf der Baustelle passiert. Permanent. Jeden Tag.